Ihr werdet in den nächsten Tagen sehen, dass ich den Dislike-Button unter meinen Videos hier entfernen werde. Naja, Spaß beiseite. Also natürlich werde ich den YouTube-Button nicht entfernen, den Dislike-Button, aber er wird entfernt werden. Und zwar YouTube wird tatsächlich den Dislike-Button entfernen. Also den Button selbst nicht, aber den Counter, also die Anzahl, wie viele Dislikes ein Video hat. Naja, und als ich das vorhin gehört habe, dachte ich, hey, geil, es wird ein bisschen friedlicher bei YouTube, ein bisschen harmonischer vielleicht, ein bisschen. Und dann einen Moment dachte ich, nee, nee, warte mal, Moment mal. Nee, nee, der YouTube-Dislike-Button hat tatsächlich einen Sinn. Naja, und in diesem Video möchte ich euch meine Meinung mit euch teilen, möchte ich mit euch meine Meinung mit euch teilen, meine Erfahrungen mit dem Dislike-Button und naja, was das letztendlich für uns alle bedeuten wird. Kurze Unterbrechung, ich habe das Video gerade komplett aufgenommen und während ich es aufgenommen habe, ist mir aufgefallen, dass ich glaube, den wahren Grund herausgefunden zu haben, wieso YouTube den Dislike-Button letztendlich entfernen wird. Ich wollte euch schon mal Bescheid sagen, bevor ihr es nachher noch verpasst. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, aber warte mal, Thomas, du machst doch immer Klavierlern-Videos, machst auch Piano-Tutorials. Was hat denn der Dislike-Button eigentlich genau mit dir zu tun? Also ganz einfach, letztendlich mache ich Videos, also egal, ob der Inhalt jetzt des Klaviers oder was nicht, es sind Videos, die bei YouTube veröffentlicht werden. Und diese Videos sollen natürlich eigentlich bewertet werden, also werden sie seit vielen, vielen Jahren. Und übrigens, als ich angefangen habe bei YouTube, gab es noch kein Like- und Dislike-Button, sondern so fünf Sternchen hintereinander und man konnte das Ganze bewerten. Also man konnte jedem Video sogar geben, okay, gebe ich dem Video jetzt einen Stern, zwei Sterne, drei Sterne, vier Sterne oder fünf Sterne. Und dann wurde so ein Durchschnitt ausgerechnet letztendlich und der angezeigt, es war quasi noch detaillierter. Und das wurde dann irgendwann vereinfacht, einfach einen Daumen hoch, einen Daumen runter. Lässt sich natürlich irgendwie nochmal ein bisschen besser verdeutlichen, was die Zuschauer über das Video finden. Und genau damit kommen wir zu dem alles entscheidenden Punkt. Und zwar ein Punkt, der sehr wichtig ist, sowohl für beide Seiten, egal ob du Videos hochlädst selbst oder anschaust, der Dislike-Button hilft mir einfach sehr. Also zum Beispiel, auf meinem Ende hier in den YouTube-Analytics, wo auch die Videos letztendlich hochgeladen werden, sieht das Ganze so aus. Man sieht das Verhältnis, bekommt man genau angezeigt, von YouTube ausgerechnet, also eigentlich das, was es früher gab mit den Sternchen, das wird einem dann im Hintergrund nochmal ausgerechnet. Ja, wie hoch der Prozentzahl ist der Leute, die das Video mögen und wie hoch der Prozentanteil ist der Leute, die das Video nicht mögen. Und das ist natürlich eine unglaublich wertvolle Rückmeldung für mich, ob ich das Video, was ich gemacht habe, ob das ein gutes Video ist oder nicht. Also ob es euch beim Klavierspielen hilft oder ob es euch beim Klavierspielen nicht hilft. Oder ob vielleicht das Thema das Richtige ist oder nicht oder ob letztendlich ist es ein gutes Video oder kein gutes Video. Und das gibt mir natürlich in gewisser Weise die Rückmeldung, hey, was kann ich besser machen? Und letztendlich ist das meine Aufgabe auch, dass ich natürlich gucken muss, okay, was kann ich besser machen? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob YouTube wirklich diese Funktion komplett entfernt. Dazu jetzt gleich in wenigen Momenten nochmal mehr. Achtung, weitere kurze Unterbrechungen, um zum Wesentlichen zu kommen. Wenn ihr Klavierspielen lernen wollt und bisher neu auf dem Channel seid, schaut mal in der Videobeschreibung vorbei. Dort gibt es meine kostenlosen Klavierlektionen für Anfänger. Holt es euch am besten jetzt und dann geht es gleich weiter mit dem Video. Naja, auf der anderen Seite gibt es dann natürlich uns alle, die wir auch YouTube-Videos anschauen. Und wenn ich da über ein YouTube-Video stolpere, das hat irgendwie 50.000 Dislikes und nur 100 Likes, dann scrolle ich doch erstmal durch die Kommentare und schaue mal, okay, warte mal, was ist hier faul mit diesem Video? Und dann ist meistens der erste Kommentar schon wieder geupvotet und der dann sagt, ja, okay, hier, schade, das wird doch nicht in dem Video. Das, was im Thumbnail, im Titel versprochen wurde, wird zum Beispiel nicht geliefert. Oder, hey, das, was du an dieser Stelle sagst, da stimme ich überhaupt gar nicht mit drüber ein. Oder was auch immer. Also, in den Kommentaren bekommen wir dann letztendlich ja sofort die Antwort, was stimmt irgendwie nicht mit dem Video. Und dann kann man halt immer noch entscheiden, möchte ich das Video jetzt wirklich weitergucken oder möchte ich meine Zeit einfach nicht dafür aufopfern, das Video jetzt weiterzuschauen. Na, ihr seht, meine Anfangseuphorie wurde sehr schnell wieder eingedämpft, dass ich dem Dislike-Button tatsächlich noch ein bisschen hinterher traue. Und ich hätte es niemals gedacht, dass ich einem Dislike-Button hinterher trauen würde. Nämlich, wisst ihr was? Ich habe noch nicht einmal, also ich meine, dafür werde ich jetzt wahrscheinlich ein paar Dislikes bekommen. Und das ist völlig in Ordnung. Aber ich habe bisher persönlich noch nicht einmal ein Video gedisliked, auch wenn ich das Video nicht mochte. Und das hat gar nichts irgendwie damit zu tun, dass ich den Creator, den Videoerstellern irgendwie keine Rückmeldung geben wollte oder irgendwie der Community nicht davon irgendwie die wissen lassen wollte irgendwie. Ich habe es einfach nicht übers Herz gebracht. Also, ich bringe es einfach nicht übers Herz, irgendwie einem Video zu sagen, nee, boah, gefällt mir nicht Dislike, also aktiv auf den Dislike-Button zu drücken. Naja, ich weiß nicht, es ist einfach nicht mal naturell, dass ich das mache. Ich bringe es einfach nicht übers Herz. Also, ich hinterlasse zum Beispiel lieber einen Kommentar und informiere ich dann lieber zum Beispiel auch etwas positiv, sage, hey, ich hätte mich aber gefragt, wenn du das vielleicht so und so gemacht hättest oder den Titel vielleicht so und so benannt hättest, dass wir nicht enttäuscht wären oder sowas. Und die guten Nachrichten sind, das Wichtigste wird letztendlich nicht entfernt und das ist natürlich die Kommentar-Section. Naja, und da möchte ich euch eigentlich künftig eigentlich drum bitten, noch mehr von Gebrauch zu machen. Nämlich letztendlich ist das eine Möglichkeit, mir Feedback zu geben, wenn euch ein Video nicht gefallen hat oder natürlich auch, wenn es euch besonders gefallen hat. Nicht nur dann zu sagen, ja, hat mir gefallen, hat mir nicht gefallen, sondern vielleicht auch zu schreiben, was hat mir gefallen, was hat mir nicht gefallen. Würde mir natürlich helfen, bessere Videos, besseren Content, bessere Piano-Tutorials für euch zu produzieren. Zugleich aber auch anderen Zuschauern der Community überhaupt, die Community wissen zu lassen. Hey, das ist meine Meinung, ja, und wenn das die Meinung von anderen genauso gesehen wird, dann wird der Kommentar hochgevotet und wird ganz oben erscheinen. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass letztendlich die eigentliche Funktion des Dislike-Buttons dann vielleicht doch gar nicht wirklich entfernt wird, weil es ja noch letztendlich diese Kommentar-Funktion gibt. So, in der Hoffnung, dass diese natürlich nicht irgendwann auch entfernt wird, habe ich außerdem die Hoffnung, dass hier in diesen Analytics, die ich euch vorhin gezeigt habe, wo diese Prozentzahl angezeigt wird, ob die Leute jetzt, äh, die Leute, ob das Video mehr positive Likes oder mehr negative Likes hat, habe ich die Hoffnung, dass das trotzdem weiterhin angezeigt wird, letztendlich für mich, dass ich sehen kann, okay, wie ist die Stimmung hier in dem Video. Nämlich, der Dislike-Button selbst soll nicht entfernt werden, also man kann draufdrücken, nur die Anzahl soll entfernt werden. Und zwar die öffentliche Anzahl, das heißt, nicht öffentlich, also in dieser, wo ich die Videos hochlade, kann ich es dann doch noch sehen und sehe dann tatsächlich auch die Anzahl der Dislikes. Also, wenn ihr mir auf diesem Weg eine Rückmeldung geben wollt, fühlt euch natürlich frei, das zu machen. Ganz nebenbei erwähnt, ich habe, glaube ich, früher immer dazu aufgerufen, aufgerufen am Ende eines Videos. Wenn euch das Video gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn es euch nicht gefällt, lasst gerne ein Video nach unten da. Einfach nur, damit ich weiß, ob ich auf dem richtigen Weg bin oder nicht. Es ist definitiv ein Element, dass, äh, wo ich mir sicher bin, dass das einfach sehr, sehr viele YouTuber nutzen, auch als Rückmeldung, zumindest als eine Rückmeldung. Natürlich macht sich jeder Gedanken, okay, was kann ich besser machen, was kommt jetzt als nächstes dran, was kann ich hier noch machen und so weiter. Aber, aber trotzdem einfach mal so zu checken, okay, welche Videos kamen mir in der letzten Zeit gut an, welche kamen mir in der letzten Zeit nicht so gut an oder so, ist es einfach natürlich super hilfreich, ich denke, für alle. Naja, das wollte ich mit euch teilen. Letztendlich wisst ihr jetzt auch, dass ich noch nie ein Dislike vergeben habe. Naja, also schlimm finde ich es persönlich nicht. Also insgesamt fühle ich mich sogar sehr gut damit, irgendwie nicht so, keine negative Energie auf irgendein anderes Video zu schieben. Lieber einen Kommentar hinterlassen. Naja, vielleicht ist das die Richtung, in die es gehen wird. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht ist das Entfernen des Dislikes-Button aber auch sowas wie dieses YouTube Rewind, was irgendwann, ach so, vielleicht ist das der Grund. YouTube Rewind ist doch das meist gedislikete Video. Also das Video, was YouTube selbst erstellt hat, ist, glaube ich, das meist gedislikete Video aller Zeiten. Ich glaube, auch auf der Liste ist das Lied Baby von Justin Bieber, also eines der meist gedisliketen Videos aller Zeiten und von Bibi das Lied, wie heißt es noch? Hm, wupp, bapp, hm, bapp, ich weiß nicht mehr. Deutsche YouTuberin hat es in die weltweite Top-Liste geschafft, der meist gedisliketen Videos. Das ist natürlich auch extrem. Naja, gerade kam mir irgendwie in den Kopf, ah, okay, vielleicht möchte YouTube eigentlich nur das YouTube Rewind-Video nicht mehr. die Dislikes irgendwie davor verstecken. Vielleicht ist das der Grund. Naja, also, das wollte ich mit euch teilen. Ich freue mich über eure Dislikes in diesem Video, solange wir sie noch haben. Ja, über euren Kommentaren freue ich mich am meisten. Das sollt ihr übrigens wissen, ich lese fast alle Kommentare. Vielleicht nicht alle, aber sehr, sehr, sehr viele. Auch wenn ich nicht immer antworte, ich lese sehr viele Kommentare. Also ich freue mich über eure Kommentare. Ich freue mich auch über eure Likes. Ich freue mich fürs Dabeisein. Bin sehr gespannt, was ihr schreibt. Habt einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Video.